Herzlich Willkommen zum XXL Helden Podcast, dem Podcast für Menschen über 100 Kilo, die abnehmen wollen, ohne dabei zu hungern, sich durch Diäten zu quälen oder stundenlang in der Küche zu stehen. Ich bin Tim, ich habe mein Gewicht von 140 auf 70 Kilo halbiert und hier findest du echte Erfahrungsberichte und Tipps und Tricks aus der Praxis, die dir dabei helfen, deinen Wunschgewicht zu erreichen und auf Dauer zu halten. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Episode des XXL Helden Podcast. Ich hoffe, du bist gut in das neue Jahr gerutscht und das ist auch schon ein sehr gutes Stichwort, denn in dieser Episode möchte ich dir drei Gedankenanstöße mit auf den Weg geben, um 2020 zum besten Jahr deines Lebens zu machen. Ich rede auch gar nicht lang um den heißen Brei. Eine Sache nur noch vorab. Wenn du diese Episode hier nach Anfang 2020 hörst, vielleicht 2021, 2025, das ist auch egal, denn diese Denkanstöße, die ich hier vermitteln möchte, sind zeitlos. Ich halte sie für, egal wann du diesen Podcast hörst, halte ich sie für sehr, sehr wichtig und es sind welche, die auch ich für mein 2020 umsetzen möchte. Denkanstoß Nummer 1. Du bist verantwortlich für dein Glück. Niemand anders. Das habe ich schon so häufig gesagt in meinen Büchern, in diesem Podcast und ich werde es wohl auch noch sehr häufig wiederholen. Das Stichwort lautet hier Verantwortung. Besser gesagt, Verantwortung übernehmen für sein eigenes Glück, für sein eigenes Handeln, denn du kannst nur etwas ändern, wenn du Verantwortung übernimmst. Wenn du dir eingestehst, okay, ich bin schuld an meiner Situation, ich bin schuld an meinem Gewicht. Nur wenn du diese Erkenntnis machst, dann kannst du auch etwas ändern. Du kannst ja nichts ändern, wenn du jemand anderem die Schuld dafür gibst, dass diese Situation gerade bei dir besteht, dass du vielleicht übergewichtig bist. Wenn du sagst, das liegt an Medikamenten, an Krankheiten, das liegt an meinem Partner, das liegt an wem auch immer, dann musst du ja warten, bis, naja, dein Partner, Medikamente, die Krankheit, was auch immer, sich ändert. Und das wird sich ja nicht ändern. Darauf kannst du ja lange warten. Du kannst nur etwas daran ändern, wenn du aktiv sagst, das liegt in meiner Macht. Ich bin dafür verantwortlich. Ich kann, wenn ich möchte, etwas daran ändern. Trotz Krankheit, trotz Medikamenten, trotz stressigem Job, trotz diesem und jenem Grund, trotz aller dieser Gründe kann ich es schaffen, denn ich bin für mein eigenes Glück verantwortlich. Niemand anders. Das ist eine so wichtige Botschaft und erst, als ich das wirklich verstanden habe, als ich aufgehört habe, die Schuld bei anderen zu suchen oder mir irgendwelche Gründe zurechtzulegen, warum es wieder nicht funktioniert hat, was ich mir vorgenommen habe, erst als ich Verantwortung für mein eigenes Handeln übernommen habe, hat sich die Veränderung auch in meinem Leben eingestellt, die ich erwirken wollte. Das ist ein sehr wichtiges Learning, das ich dir mitgeben möchte. Erstens, du bist verantwortlich für dein Glück, niemand anders. Der zweite Denkanstoß, um 2020 zum besten Jahr deines Lebens zu machen, ist, denke Langzeit. Der Unterschied zwischen kochendem und nicht kochendem Wasser ist ein Grad. Wenn das Wasser auf 99 Grad ist, dann wird es nicht kochen. Das passiert nur bei 100 Grad. Heißt das jetzt, dass der hundertste Grad der wichtigste ist? Nein, natürlich nicht. Das Wasser kocht nicht wegen dem einen Grad, sondern weil alle 99 davor mit dem letzten dafür sorgen. Es liegt nicht daran, dass der letzte Grad von 99 auf 100 ein magischer Grad ist, sondern es müssen die 99 davor sein, damit das Wasser nachher kocht. Ob dann, da ist nichts Besonderes an diesem einen Grad. Und der Unterschied zwischen schlank sein und nicht schlank sein ist nicht eine Sporteinheit, sondern vielleicht auch 100. Und das heißt auch nicht, dass nur weil du nach den ersten 20 vielleicht nicht sonderlich viel Unterschied siehst, dass die umsonst waren oder sowas. Das heißt nicht, dass Arbeit vergeudet ist, sondern sie wird eher gespeichert. Es kommt nur irgendwann zu dieser Kehrtwende. Irgendwann tritt der Zeitpunkt ein, wo alles schlagartig umschlägt. Nicht wegen dem einen einzigen Grad oder wegen der einen Sporteinheit oder wegen dem einen Salat, sondern wegen den 99 davor, die jetzt in Verbindung mit dem finalen Grad das Wasser zum Kochen bringen. Das kann ich auch auf einer persönlichen Ebene, kann ich da ein Beispiel bringen. Ich habe auch sehr lange Zeit in meiner Selbstständigkeit mäßig Geld verdient und hätte davon nicht wirklich gut leben können, nicht auf Dauer. Ich habe lange Zeit bestimmte Dinge herausprobiert und es hat alles mehr oder weniger gut funktioniert. Und ich sage dir ganz ehrlich, hätte das, wäre das noch länger gegangen, weiß ich nicht, ob ich heute diese Worte hier sprechen würde. Es ist aber dann mehr oder weniger schlagartig über Nacht passiert, als ich mein Buch geschrieben habe und dafür Werbung gescheitert habe, dass ich auf einmal von 0 auf 100 all die Früchte ernten konnte, die ich über die Zeit quasi gesät habe. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt schlagartig die magische Wunderpille gefunden habe, um irgendwie, um meine Bücher an die Massen zu bringen, sondern ich habe davor natürlich die ganzen zwei Jahre gelernt und Zeit investiert in die Fähigkeiten, das überhaupt zu schaffen, mich, mir das Wissen anzueignen, wie ich ein gutes Buch schreibe, wie ich den Leuten weiterhelfen kann. Ich habe all die Jahre davor nicht mehr Party gemacht so viel, sondern habe eher meine Zeit damit verbracht, mich weiterzubilden, habe mein Geld für Fortbildung ausgegeben und all diese 20, diese zwei Jahre, wo ich die längste Zeit gar kein Ergebnis von gesehen habe. Die haben nachher natürlich dafür gesorgt, dass zwar mit dem Buch alles schlagartig durch die Decke ging, aber es lag ja nicht nur an dem Buch, es lag auch an den zwei Jahren davor, wo ich die Zeit in Fortbildung investiert habe. Aber das sieht man halt nicht sofort. Es ist genauso, die Metapher funktioniert ganz gut. Ich habe davor die ganzen zwei Jahre das Wasser auf 99 Grad erhitzt und das Buch war dann halt der letzte Grad. Aber der letzte Grad konnte nur, hat nur für das kochende Wasser gesorgt, weil die 99 davor auch da sind. Deshalb lass dich nicht entmutigen, wenn du vielleicht auf deiner Reise mal hinfällst oder sowas. Deine Zeit, deine Arbeit ist nicht vergeudet, sondern eher gespeichert. Sie ist quasi jetzt vielleicht gerade der 37. Grad und irgendwann bist du halt auch bei 100. Und ich weiß, du willst jetzt vielleicht gerade die Süßigkeit essen. Vielleicht willst du die Zigarette rauchen. Hast dir gesagt, will ich eigentlich gar nicht mehr. Vielleicht hast du schon lange nicht mehr geraucht und zwischendurch vielleicht doch mal wieder und hast hier und da nochmal ein schlechtes Gewissen bekommen, weil du eigentlich aufhören wolltest, vielleicht schon mal längere Zeit aufgehört hast und so weiter. Worauf ich am Ende des Tages hinaus will ist, der Denkanstoß lautet, denke Langzeit. Du musst eine gewisse Fähigkeit entwickeln, um kurzzeitige Befriedigungen auszuschalten, der widerstehen zu können, um langfristig eine größere Belohnung zu erhalten, auch wenn das ein schlechteres Heute bedeutet. Damit meine ich, wenn du heute auf die Zigarette verzichtest, geht es dir heute erst mal schlecht. Und wenn du morgen auch auf die Zigarette verzichtest, dann geht es dir vermutlich auch ziemlich schlecht. Du wirst Entzugserscheinungen haben. Du hast ein schlechteres Heute, aber dafür ein besseres Morgen. Damit meine ich, irgendwann bist du Nichtraucher. Irgendwann hast du dein Ziel dann erreicht und irgendwann kaufst du nicht mehr die ganze Zeit Zigaretten nach und irgendwann hast du halt durchgehalten. Aber dein Heute, dein Jetzt, das wird erst mal schlimmer sein, aber dein Morgen, also die Zukunft, das wird sehr erfreulich sein. Also je nachdem, was du dir vornimmst. Vielleicht möchtest du schlank werden, vielleicht möchtest du Nichtraucher werden, was auch immer. Du solltest in der Lage sein, also beziehungsweise die Fähigkeit entwickelnd, unmittelbarer, unmittelbarer Belohnung zu widerstehen, die Zigarette zu rauchen, in den Donut zu beißen, um ein langfristiges Ziel zu erreichen, obwohl es dir heute keinen Spaß macht, aber dafür in Zukunft. Das heißt, wenn du heute auf den Donut verzichtest und morgen und übermorgen und die Wochen darauf und so weiter, dann hast du halt irgendwann dein großes langfristiges Ziel erreicht. Sie ist einfach so an. Jeder einzelne Tag ohne ist ein Schritt zum großen Endziel, aber du kommst halt niemals an, wenn du nicht die ersten Schritte gehst und wenn du nicht zwischendurch auch weiter gehst. Also Denkanstoß Nummer 2, denke Langzeit. Denkanstoß Nummer 3 ist, kümmere dich um dich selbst. Würdest du deinem Hund oder deiner Katze, deinem Kanickel, was auch immer, deinem Haustier das billigste und fast abgelaufenes Essen kaufen? Würdest du deinem Kind abgefranste und alte Kleidung anziehen? Würdest du deine Großmutter nicht pflegen, wenn sie pflegebedürftig wird? Ich denke, keiner von uns wird diese Frage mit Ja beantworten. Du willst natürlich, dass es den Menschen und Tieren in deiner Umgebung, die dir viel bedeuten, du möchtest, dass es denen gut geht. Und deshalb würdest du deinem Haustier auch nicht abgelaufenes, ranziges Essen geben, sondern du würdest denen natürlich neues und gutes Essen kaufen, neues Futter. Warum pflegen wir andere? Warum kümmern wir uns um andere? Aber warum ist es bei uns häufig so, dass das Billigste gerade gut genug ist? Dass das Essen auch mal abgelaufen sein darf? Warum behandeln wir uns selbst nicht gut? Und warum pflegen wir unseren Körper nicht mit Sport, gesunder Ernährung und Achtsamkeit? Ich habe vor kurzem hat jemand in meiner Facebook-Gruppe ein Zitat gepostet und ich bin jetzt nicht so der emotionale Mensch, aber es hat sehr vielen Menschen aus der Gruppe weitergeholfen, beziehungsweise die fanden das sehr gut. Und das Zitat war, sorge für dich, als wärst du die Liebe deines Lebens von Clara Luiz. Ich weiß leider gar nicht, wer das ist. Jedenfalls dieses Zitat hat sehr viel Zuspruch erhalten, als das in der Gruppe geschrieben wurde. Und es behandelt auch ein sehr wichtiges Thema, das für 2020 auch sehr wichtig ist. Selbstliebe oder ich nenne es eher positiven Egoismus. Das kannst du aber nennen, wie du möchtest. Worauf ich hinaus will, ist, sei dir in 2020 selbst ein guter Freund. Ständige Essanfälle, negative Gedanken, Selbstsabotage, deuten auf fehlende Selbstliebe. Hier sind mal ein paar Fragen. Fällt es dir schwer, Komplimente anzunehmen? Findest du es schade, wenn deinem Umfeld die Veränderung nicht auffällt, also zum Beispiel nachdem du 20 Kilo verloren hast? Oder stört es dich, dass Komplimente ausbleiben, obwohl sie anfänglich eigentlich kamen? Und nimmt die Motivation dann ab? Denkst du dann häufig daran? Das sind Zeichen für fehlende Selbstliebe. Das zeigt, dass du dir selbst nicht wirklich genug bist, dass du dich nicht wohlfühlst. Denn wenn du auf Bestätigung von außen angewiesen bist, sprich Komplimente deines Umfeldes. Oder falls die Waage über dein Wohlbefinden bestimmt, dann fehlt es an Selbstliebe. Eine Sache möchte ich hier aber klarstellen. Was keine Selbstliebe ist, ist unzufrieden sein und dann plötzlich beschließen, sich damit abzufinden. Viele Übergewichtige versuchen nämlich seit Jahren abzunehmen, scheitern stetig. Also es scheint ihnen ja auch wirklich wichtig zu sein, abnehmen zu wollen, denn sonst würden sie es nicht immer und immer wieder versuchen. Jedenfalls, sie versuchen es die ganze Zeit, scheitern und irgendwann beschließen sie, es zu akzeptieren. Sie sagen dann einfach, okay, ich kann das nicht und gleichzeitig halten sie die Hände in die Luft und schreien dann, ich liebe und akzeptiere mich selbst, auch wenn ich 120 Kilo wiege. Das ist definitiv keine Selbstliebe. Das hat nichts damit zu tun. Selbstliebe heißt für mich, sich um sich zu kümmern. Selbstliebe bedeutet für mich, ins Training zu gehen, weil dir es selbst wichtig ist. Selbstliebe bedeutet für mich, sich gesund zu ernähren, weil ich dir selbst wichtig ist. Das heißt, es heißt, deine Ziele, Träume, Wünsche, all diese Dinge ernst zu nehmen und diese auch anzugehen. Wenn du nachher sagst, du liebst dich auch mit 120 Kilo, das ist ein Widerspruch, denn wenn du dich wirklich selbst lieben würdest, dann würdest du deinen Körper nicht den Gefahren des Übergewichts aussetzen. Wenn du dich wirklich liebst, dann gehst du ins Training und ernährst dich gesund und nimmst ab, eben weil es dir wichtig ist. Selbstliebe hat nichts damit zu tun, zu sagen, ich akzeptiere das und liebe mich selbst, auch mit 120 oder 130 Kilo, obwohl diese Person Jahre davor immer wieder versucht hat abzunehmen, aber gescheitert ist. Also, 2020 kommst du an erster Stelle. Sei dir selbst ein guter Freund. Nimm ab, weil es dir wichtig ist, weil du dir etwas Gutes tun willst. Nicht, weil es irgendjemand anders erwartet. Das sind meine drei Denkanschlüsse für 2020. Nochmal kurz in der Wiederholung. Erstens, du bist verantwortlich für dein eigenes Glück. Wenn ich sage, du hast Schuld in deinem Übergewicht, dann bedeutet das auch gleichzeitig, dass du die Macht hast, daran etwas zu ändern. Denn wenn du jemand anderen verantwortlich machst, dann musst du darauf warten, dass der sich verändert und darauf hast du nicht so viel Einfluss. Also, erstens, du bist verantwortlich. Zweitens, denke Langzeit. All die Unternehmungen, die du vielleicht heute machst, die werden morgen eigentlich, die werden morgen keinen Unterschied machen. Wenn du heute den Salat isst statt den Chips, dann macht das morgen keinen Unterschied. Das macht heute keinen Spaß und nächste Woche wird es vermutlich auch keinen Unterschied machen. Aber 30 Sporteinheiten später und 30 Mal Salat später statt Süßigkeiten. Das wird definitiv einen Unterschied machen. Aber nur dann, wenn du jeden einzelnen Salat zwischen den 30 auch isst. Denn der Unterschied kommt nicht durch den einen Salat später, sondern durch die Gesamtheit aller. Also, zweitens, denke Langzeit. Und drittens, kümmere dich um dich selbst. 2020 kommst du an erster Stelle. Nimm deine Träume, deine Wünsche und deine Ziele wirklich ernst und gehe sie auch an. Ich hoffe, die Episode hat dir weitergeholfen. Ich wünsche dir viel Erfolg in 2020. Und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao.